Moin, sind Sie herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Leider gerade mit etwas Scheiß am Start und zwar ich habe 0%, Braveheart die 0,1% und zwar, ja, wenn Kurak juckt, dann kratze ich mal schön dran. Folgendes, ich habe mich von Afka in einen Random Raum reingestellt, direkt Level Up und jetzt habe ich die Level Up Runde für Braveheart, die ich es noch aufnehmen wollen. Was passiert? Meine Mutter kommt ins Zimmer, ich muss schnell ausmachen und Braveheart Level Up. Wundervoll, alles verkackt. Ja, mach Lachladewack. Okay, warte. Ja, von hinten doch, Brave, du bist voll gemein zu mir. Deswegen seht ihr das jetzt als kleine Entschädigung sozusagen. Das ist jetzt meine, das ist jetzt als eigentliche Level Up Runde. Aber du wirst jetzt auf Entfernung mit Spider weggesprayt. Geh doch nicht auf mich, Ibra. Geh auf Brave, los. Toll, von drei Seiten. Alter, echt, ist ja kein Podrelief. Ja, ich weiß. Wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Nein, lass mich doch mal in Ruhe, Agflo, ach du nicht. Och man. Alter, Aglo hat einen viel zu guten Scores. Gehen wir mal von dieser 100 Seiten, ey. Oh, Spaß. Ich hatte die Web auch deswegen ausgewählt, weil die Web... Oh, scheiße, der steht da oben. Och nö, Aglo, ist das jetzt nicht dein Ernst, oder? Von zwei Seiten mal wieder. Was, von zwei Seiten? Oh, da oben ist ja X-Brave. Ja. Aber ich hab euch alle weggehören. Da oben ist X-Gutig. Ey, Aglo next spielt 2er KD, was ist da los, Mann? Viel zu gut, ey, Junge. Ja, der Einzige mit einem Daumen. IP, Ibra kommt hoch. Ja, das hab ich gemerkt. Alter, ja, genau. Ja, jetzt warnst du mich auch noch, um mich danach abzusnacken. Also Leute, es tut mir nochmal wirklich leid, dass ich das Level-Up so verpeilt habe. Es wird auch ein Titel kommen, Level-Up zu Sterne-General 4. Ich sag euch auch noch, was ich gekriegt habe. Oh, ich hab gar nichts mehr. Oh, Leute, ich hab kein Warp hier ready. Und zwar, ich hab die Beatlines S für sieben Tage bekommen. Das haben ja auch schon ein paar Leute... Ja, wohl, wahrscheinlich, weil du auch, ähm, das Level abgemacht hast. Nein! Hallo Brave. Hallo Sifu. Ja, Gecko, da hast du recht. 10 Sekunden später, hallo Dore. Egal, morgen. Hallo aus Ibra. Danach auf Brave. Und danach kommt Geilvus. Ach, Gecko, das schaff... Ey, Brave, morgen ist wieder Hardcore-Bean-Farm angesagt, sagst du? Nein, warum wartest du den Response schon? Das gibt's doch nicht, okay. Oh, Leute. Das? Äh, ich will ja nichts sagen, aber immer noch 2-AKD. Oh, wieder kein Fon-Werdy-In-State. Ja, war so klar. Nun! Nein! Oh Brave, du Laschik, mach doch mal mit. Ey, lass mal auch bei Klonex nur Nades. Ich hab ihm alles weggetrollt, dem lieben Brave. Alles. Nein, wieso gehst du denn auf mich? Ich will mir Ibra ran von hinten. Du, du bist geschein... Oh Brave, pack deine Eier wieder ein. Niemand will sie sehen. Du bist so dick. Genau. Self-Kill! Sicher! Goll! Oha, es eskaliert schon wieder. Double Kill! Du hast grad eskaliert. Skiller, Ibra, skiller. Oh Gott! Ich geh jetzt mal aufs Goll, ich hol euch noch alle ein. Achso. Nein, ich hab mir Primum gezogen. Wie schlecht. Wie schlecht. Ohne Spaß. Du bist so ungeeignet. Ich hab die ja extra deswegen genommen, weil... Lacka, weil es ein Lappen ist. Nee, ich hab die extra genommen, weil die so... Da ist man so schön auf Nahkampf. Weißt du, das wollen auch überall Leute. Außerdem geht die Runde schnell vorbei, da muss ich morgen nicht zu viel hochladen. Nicht dein Ernst, du Lappen. Ich war grad am Chatten. Die Runde wird nicht hochgeladen, weil ich nicht erster war. Klar wird die Runde hochgeladen. Noch zwei Kills, komm, ich mach mal easy in der Skill, pass auf. Äh, ich. Okay, oder auch nicht. Ja gut, das war die kurze Runde zum Level ab. Nehmt es als Entschädigung. Tut mir wirklich, wirklich leid. Ach so, nehm es nicht. Ja guck, ich hab die wenigsten Downs mit Abstand. Ja, kein Ding. Freu dich. So, dann sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.